Das Highlight bei KTL Radio. Samstag, der 16. Mai 2015. Im Brauhaus Espelkamp die KTL Radio Show. Mit vielen bekannten Künstlern. Beginn der Veranstaltung um 20 Uhr. Und das Fernsehen ist mit dabei und zeichnet dieses Highlight auf. Das ganze Moderatoren-Team von KTL Radio freut sich auf euch. Und da lasse ich doch glatt mal einige Künstler zu Wort kommen bezüglich 16.05.2015. Leute, 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 es ist wieder soweit. Die KTL Radio Show am 16.05. in Espelkamp. Mein Name ist Peter Kent, ich bin dabei. Frank Bennis, Antonio Di Natale. Es wird eine Riesenshow. Ich freue mich drauf, dass es wieder stattfindet dieses Jahr. An KTL alles Gute. Uli, mach's gut. Servus, Papa. Wir sehen uns. Hallo, liebe Herren und Hörer von Radio KTL. Hier ist Bata Illic. Ich habe gerade erfahren, dass ich am 6. Mai bei Ihnen bin. Live bei Auftritt mit Radio KTL. Und TV-Aufnahmen. Und da freue ich mich wirklich von Herzen, Sie alle zu sehen. Und für Sie zu singen, natürlich. Und ich freue mich auch auf Zusammenarbeit mit Uli. Alles Liebe, alles Gute. Ihr Bata Illic. Hallo, guten Abend und willkommen. Ich bin Greg Bannis, Ex-Hot-Chocolate. Don't forget, am 16. Mai, you've got to be there. We're going to have a lot of fun. It's a big concert with KTL Radio. Uli's going to be there and everyone's going to be there. So it's going to be one big party. See you. Und natürlich noch viel mehr am Start, die Two Winners, Michael Holm. Viele, viele bekannte Künstler geben sich bei uns die Hand bei der KTL-Radio-Show. Wir spielen die wessere Musik. Wir spielen die Hand bei uns 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 die Hand bei